Hallo, heute werde ich über den Roborock S8 Pro Ultrasorgroboter berichten. Ein sehr interessantes Modell. Den aktuellen Preis sehen Sie, wenn Sie den Links folgen, die ich in der Beschreibung des Videos angegeben habe. Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und vergessen Sie nicht, den richtigen Wahlkanal zu abonnieren und das Video zu liken. Lasst uns anfangen. Selbsttrocknend. Trocknet den gewaschenen Mop und die Unterseite des Docks mit warmer Luft, um Schimmelbildung und unangenehme Gerüche zu verhindern, selbst bei nassem Wetter. Selbstleerend. Entleert Staub und Schmutz nach jeder Reinigung automatisch, sodass bis zu sieben Wochen kein Wechsel des Staubbeurzels nötig ist. Außerdem reinigen sich auch die Zweifachbürsten selbst. Selbstnachfüllend. Füllt den Wassertank des Roboters während der Reinigung für einen maximalen Wischbereich von über 300 Quadratmetern auf. Selbstreinigend. Das selbstreinigende Design reinigt die Waschstation des Docks und vereinfacht dadurch die Wartung. So kannst du deine Zeit sinnvoller nutzen. Doppelte Leistung, doppelte Sauberkeit. Mit einem neuen zweifachen Bürsten- und Wischsystem, das aus der Duo Roller Riser Bürste und dem Vibra Rise 2.0 Wischsystem besteht, wird dein Zuhause sauberer als jemals zuvor. Roborock Carpet Boost Plus System. Die Teppichreinigung ist dank Roborock Carpet Boost Plus System ein Kinderspiel, das von Tierhaaren bis zu Brotkrümeln sämtlichen Schmutz von deinem Teppich entfernt. Reinigen, während du dich ausruhst. Musst du reinigen, während du dich ausruhst? Dein Saugroboter kann die Reinigungsgeräusche beim Wischen minimieren, sodass du dir jederzeit die dringend benötigte Ruhe gönnen kannst. Clever genug, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Mit strukturiertem 3D-Licht und Infrarot-Bilderfassungstechnologie kann das Reactive 3D-Hindernis-Umgehungssystem den Saugroboter dabei unterstützen, potenzielle Gefahren auf den Böden zu erkennen und zu vermeiden, sowohl in hellen als auch in dunklen Räumen, für eine sorglose Reinigung zu jeder Tageszeit. Die beste Route jedes Mal Das PreciseSense LiDAR-Navigationssystem ist das Gehirn deines Roboters, das ihm seine außergewöhnlichen Fähigkeiten verleiht. Das System führt einen Scan aus, um detaillierte Karten zu erstellen und eine optimale Route für die Reinigung deines Zuhauses zu finden, damit der Schmutz keine Chance hat. Smarte Vorschläge für No-Go-Zonen Erkennt automatisch Stellen, an denen sich der Saugroboter leicht festfahren kann, um zu verhindern, dass er an Engstellen festhängt. Du kannst in der Roborock-App auch unsichtbare Wände einzeichnen, die bestimmte Bereiche für die Einfahrt deines Saugroboters blockieren. Schnellere Kartenerstellung und Reinigung Erlebe eine schnelle und effektive Reinigung. Dein Saugroboter erstellt vor der ersten Reinigung die Reinigungskarte bis zu sechsmal schneller. So wird dein täglicher Bereich bei Bedarf um 30% schneller gereinigt. Benutzerdefinierte Reinigungsroutinen Gib mit benutzerdefinierten Reinigungszeitplänen selbst die Zeitspannen für die Reinigung durch den Saugroboter vor. Du kannst auch Reinigungsroutinen für bestimmte Bereiche im Haus festlegen, die regelmäßig oder auf Wunsch gereinigt werden sollen. 3D-Kartierung Mit der 3D-Karte kannst du dein Haus virtuell nachbauen. Büge der Karte Möbel hinzu und betrachte dein Heim aus allen Richtungen. So verbesserst du das Reinigungsergebnis noch mehr. Kartierungssystem für mehrgeschossige Häuser Du hast ein mehrstöckiges Haus? Die Kartierung für mehrgeschossige Häuser erkennt automatisch verschiedene Etagen deines Zuhauses. Setz deinen Roborock einfach auf den Boden und er erkennt die neue Umgebung. Es ist weder ein zusätzliches Dock noch eine Identifikation über die App erforderlich. Es werden bis zu vier Stockwerke unterstützt. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Plappert mehr als jeder Papagei. Absturzsicherung ist nicht vorhanden. Objekterkennung ist nicht zu gebrauchen. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Große Andockstation mit mehreren Funktionen, anhebbare Bürsten und Wischeinheit, smarte, intuitive App-Steuerung und mit Teppich-Boost-System. Das war mein Testbericht zum Roborock S8 Pro Ultra Sauk-Roboter. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald! Bis bald!